Hallo ihr Liebes, es freut mich wieder, dass ihr eingeschaltet habt. Leider bin ich heute allein unterwegs, weil es Sarah noch am Schaffen ist. Und mit dem Knie ist es auch noch nicht so richtig hundertprozentig gut. Und deswegen mache ich die Vor der Haustür Challenge, wo wir nominiert worden sind vom Heidi und Maik vom YouTube-Kanal Meilenmaik. Allein. Wenn ihr wissen wollt, wo ich da so rumlaufe, dann bleiben dran. Weichwasser-Kindein-Clap. Viele Manik-Kind. Sieht ihr auch immer auf der Haustür-Kind. Ich habe ihn ausgem Awieren, aber ich habe ihn von dem Hügelge. Dann habe ich die Therapie ausgemacht. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Vielen Dank! Untertitelung im Auftrag des ZDF, 2020 Das war's für heute. Das war's für heute. Das war's für heute. Das war's für heute. Ach, fast hätte ich euch noch vergessen. Die Wanderung da oder der Spaziergang ist gleich schon wieder rum. Ich nenne die ja Homeoffice-Runde. Immer wenn ich Homeoffice habe, gehe ich da nur mittags spazieren, manchmal aber auch in der Pause. Wenn euch das Video gefallen hat, würden wir uns über einen Daumen hoch und über Kommentare sehr freuen. Und ich kenne überhaupt keine Luft, weil es so einfach da erst hoch geht. Aber ich fange jetzt nicht noch einmal an. Ja, und dann zu den Nominierungen. Das wäre ehemal der Martin vom YouTube-Kanal Bierbacher auf Wandertour. Dann ehemal der Sascha vom YouTube-Kanal Saschas Wanderblog. Und ehemal der liebe Peter aus Wien von Ich am Weg Wandern mit Peter. So, und jetzt geht's da hoch. Ich bin wieder froh, wenn's oben ist. Es ist eisig kalt. Und ich bin immer froh, wenn ich den Berg oben bin. Also, ciao! Natürlich noch ganz liebe Grüße an die Topper, an die Sarvengers, an die Zuschauer und auch noch liebe Grüße an Heidi und Maik vom YouTube-Kanal Meilenmaik, die uns nominiert haben. So, jetzt aber endgültig und Tschüss! Untertitelung des ZDF, 2020 Ach, fast hätte ich euch vergessen. Die Wanderung ist gleich herum, muss nur noch da hoch und dann bin ich ja schon daheim. Wenn euch das kleine Video doch gefallen hat, würden wir uns über einen Daumen hoch, so wie über Kommentare sehr freier. So, zu den Nominierungen. Das wäre ehemal der Martin vom YouTube-Kanal Bierbacher auf Wandertour. Dann der Sascha vom Saschas Wanderblog. Oh, dann kriege ich wieder keine Luft.